China verkündet einen neuen Rekord seines Erstreaktores, und will arbeitet bereits am ersten Fusionsdemonstrator.Chinas Fusionsreaktor erst, auch künstliche Sonne genannt, soll einen neuen Rekord aufgestellt haben. Wie die Sudchina Morning Post berichtet, konnte das Plasma für 403 Sekunden aufrechterhalten werden. Das ist etwa viermal so lang wie der bisherige Rekord im Jahr 2017. Der Experimental Advancet Superconducting Tokamak, erst, steht in der Stadt Hefai im Osten Chinas. Mit dem Bau des Reaktors wurden 1998 begonnen, 2007 gelang es, ein Plasma bei etwa 50 Millionen Grad Celsius 101 Sekunden aufrecht zu erhalten. Seitdem wurden mehr als 100.000 Experimente mit dem Reaktor durchgeführt. Der neue Durchbruch wurde durch den Hocheinschlussmodus ermöglicht, bei dem die Temperatur und die Dichte des Plasmas deutlich ansteigen, sagte Song Yuntao, der Direktor des Instituts für Plasmepysik an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gegenüber chinesischen Medien. Song betonte, dass ihre Arbeit eine stabile Grundlage darstellen, um die technische und ökonomische Umsetzbarkeit von Fusionsreaktoren zu verbessern. Bei der Kernfusion verschmelzen Atomkerne miteinander. Dabei wird deutlich mehr Energie frei, als bei der Kernspaltung. Die Methode bringt aber auch Probleme mit sich. Durch die große Hitze, die dadurch entsteht, muss das Plasma, in dem die Kernfusionen stattfinden, mit starken Magnetfeldern in der Schwebe gehalten werden. Den vergangenen Rekord verzeichnete erst im Jahr 2021, als es ein Plasma mit etwa 70 Millionen Grad Celsius für fast 18 Minuten halten konnte. Dabei wurde jedoch ein anderer Modus verwendet als beim aktuellen Experiment. In der Fusionsforschung fallen regelmäßig Rekorde, verschiedenste Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt wetteifern untereinander. Die Meldungen stellen allerdings nicht immer wissenschaftliche Durchbrüche dar, verrät Fusionsexperte Georg Harrer von der Technische Universität Wien. Beim Ersttukamark in China seien etwa alle Magnetspulen supraleitend, weshalb sie auch längere Entladungen durchführen können. China plant indes bereits den Erstnachfolger CFETR. Dieser soll der weltweit erste Fusionsdemonstrator werden, also die Vorstufe eines funktionierenden Fusionskraftwerks. Er soll 2035 fertig werden und eine Maxima-Leistung von 2 Gigawatt haben. Das ist mehr als Chinas größtes Kernkraftwerk, das eine Leistung von 1,75 Gigawatt erbringt.